Grüß dich, hier ist Dini Nashi-Chan und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wer holst du mir heute auf Luzern? Nein, heute gehen wir auf Luzern und ich zeige euch ein bisschen meinen Alltag und meine Reise. Ich glaube es ist noch spannend vielleicht zu sehen, wie ich von Buren auf Luzern weiter hochgehe. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt noch auf den Bus. Es ist minus 1 Grad. Minus. He he. Darum raucht es auch so. Ja. Und dann werde ich wieder filmen, wenn ich wahrscheinlich am Bahnhof bin oder so. Oder im Zug oder sonst wo. Ich mache wahrscheinlich so Timelapse und euch dann so ein bisschen Timelapse zeigen, weil es ist jetzt noch recht dunkel, bevor wir das Licht runter haben. Und ja, meine Handfrisch sei. Wir sehen das dann in Susanne oder in Luzern. Ich kann nicht mehr filmen, aber ich hoffe euch gefällt das Vlog. Und ja, bis später dann. Ja, ich bin am Bahnhof. Eigentlich dachte ich, ich würde nicht so gehen, aber... Das ist was passiert, wenn du Schnee auf dem Boden hast. Es ist wie, wie, freezing. Naja. Ich fahre dann auf dem Zug und... Ich fahre dann auf dem Zug und ja. Ich fahre dann auf dem Zug und ja. Ich fahre dann noch ein Timelapse. Ich hoffe, ich kann gucken. Zum Filmen. Allgemein, wenn ich halt überschminiert bin. Irgendwie. Es gibt ja lustige Nachrichten und so. Ich fahre dann auf dem Zug und hoffe, dass ich pünktlich bin. Alles gut auch immer. Bye. Ich hab gedacht, nichts geht allein. Ich hab gedacht, ich tschüss für sie. Doch leb ich nur nie an ein Spiel. Ich muss clashen, ich muss fighten. In meinem Team den Weg bereiten. Auch um und jeder für sich. Wer feint es, war als Freund für mich. Voll frei wie ein Vogel sein. Jetzt bin ich vogelfrei allein. Kein Rett mehr, doch ein Antiheld. Die Stadt nicht weit gehört mir. Wie weit? Müssen clashen, müssen fighten. Müssen clashen, müssen fighten. Müssen clashen, müssen fighten. Müssen fighten. Darf mein Blick am Boden bleiben? Kann die Kälte nicht vergehen? Muss ich kämpfen? Muss ich fighten? Muss ich jetzt nach vorne sehen? Geh mich um und möchte fliehen. Kalte Tropfen wie der Tod. Ich richte meinen Blick in den Himmel. Und der Regen färbt sich rot. Nun gegen die Gefahr. Lass keinen Zweifel zu. Ich weiß, der Kampf ist nah. Egal was ich auch tu. Treib die Dämonen aus. Ich leg die Ängste aus. Schrei endlich alles raus. Was mich verdommen hat. Ich muss clashen, ich muss fighten. Meinem Team den Weg bereiten. Oh, oh, oh. Jeder für sich. Der Feind des Fahrradfreund für mich. Wollt' ich nie ein Vogel sein. Jetzt bin ich vogelfrei allein. Kein Held, der noch einen zu hängen. Die Stadt nicht weit gehört mir privat. Denkst du, wenn die Flammen toben? Merkt kein Mensch, wen du verrätst. Dachtest du, ich bleib am Boden, wenn du über Leichen gehst? Hab gedacht, ich hab verloren. Wer verloren, verliere dich. Doch kann ich meine Stimme widerrufen. Tote reden nicht. Nun gegen die Gefahr. Lass treue Taktik sein. Ich sag nicht länger ja. Mein neues Jahr ist nein. Mit Glut in meinem Herz steck ich die Welt im Braut. Hör keine Regeln mehr. Wünscht hat sie nie gekannt. Nein! So. Sorry, dass ich nicht so viel... Aho. Mein Hand ist auf dem Mikrofon. Nochmal. So. Entschuldigung, dass ich nicht so viel filmen konnte. Es ist gerade um die 5 Uhr. Es ist schon mega feinster. Wie ihr seht. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Und wie ihr seht, schneit es wieder. Anscheinend. Das Wetter war heute recht lustig. Und zwar war es heute Morgen minus 1 Grad. Das war am Anfang vom Vlog. Und dann in Luzern hat es einfach 3 Grad mit der Sonne. Und dann den Tag durch. Es war normal. Ohne Sonne kalt. Und jetzt schneit es wieder. Man sieht es sogar hier an der Kappe. Hier oben sieht man es. Es schneit. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel filmen konnte. Aber ich hatte halt die Schule und wollte in der Schule nicht filmen. Oder ich darf auch nicht in der Schule filmen. Weil die Schule ist sehr streng, was das angeht. Man darf nicht einmal dort stehen und auf seine Kolleginnen warten. Dann wird man schon zusammengeschissen. Ja. Sehr strenger Schule. Aber ich bin jetzt mal fertig für heute. Und morgen habe ich einen Termin. Und am Freitag gehen wir Schlittschuhe laufen. Mit der Klasse. Und zwar für die Aktion jeder Rapper zählt. Und ja. Es schneit auf mein Gesicht gerade. Also. Wir müssen gerne durch die Schlittschuhe laufen. Bei der Aktion beim KKL in Luzern. Und die heisst jeder Rapper zählt. Ich glaube das Video hier kommt am nächsten Mittag raus. Ich glaube dann sollte es noch stehen. Es tut gerade voll Art. Schnee. Ein Schnee. Ein Schnee. Ein Schnee. Ein Schnee. Ein Schnee. Ein Schnee. Ich weiss. Ja. Schnee. So. Naja. Ich konnte nicht wirklich noch viel filmen. Aber das was ihr gesehen habt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und falls nicht. Dann halt nicht. Und. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. und. Tschüss. Tschüß. turnover. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und. Tschüss. Tschüss. Aurein.